Herzlich willkommen bei einem neuen astrologischen Video und heute geht es um die Übersterblichkeit der Bevölkerung. Du hörst ja, die Zeitungen sind voll mit plötzlich und unerwarteten Todesfälle, Übersterblichkeit. In Österreich waren die Zeitungen voll von Berichten der Bestatter, die nicht mehr zusammengekommen sind im Dezember, weil wirklich so viele Leute verstorben sind. Und mir geht es heute bei dem Video darum, nicht jetzt zu sagen, das ist eine Todeskonstellation, sondern einfach mal zu schauen, kann man da astrologisch auch feststellen, dass sich da was abzeichnet, dass man vielleicht bestimmte Krisenkonstellationen hat am Sternenhimmel, die darauf hindeuten, auf diese Übersterblichkeit. Und da schauen wir jetzt dann gleich mal rein und schauen uns die Prinzipien an, denn interessanterweise gibt es einige Konstellationen, die man durchaus so deuten könnte, die eben Sterblichkeit zumindest einmal begünstigen oder erleichtern. Ich zeige dir das mal, was wir haben und gehe dann einzeln darauf ein. Also wir haben Mars, Trigon, Saturn und Saturn, Quadrat, Uranus. 1.12. bis 10.12. bzw. bis 9.12. Und da schauen wir jetzt gleich einmal rein. Also der Mars steht ja im Zwilling, das hast du vielleicht schon auf diesem Kanal mal gehört. Also Mars steht im Zwilling. Was ist Zwilling? Zwilling ist jetzt grundsätzlich mal die Funktion. Und Mars ist die Energie. Das ist Energie plus Funktion geht zusammen. Was kann jetzt funktionieren? Also der Körper kann funktionieren. Und wenn Mars die Energie ist, die Lebensenergie, und da kommt ein Trigon vom Saturn drauf. Und Saturn steht zur Zeit noch im Wassermann. Das heißt einfach Trigon erstens ist jetzt keine negative Energie. Das heißt, da kann man sagen, okay, da kann man sich vielleicht mehr anstrengen. Oder es ist im Positiven auch eine Anstrengung, wo man sagt, okay, wenn ich da meine Energien bündle, dann kann ich gewisse Sachen umsetzen oder erreichen. Also das wäre an sich noch nicht so dramatisch. Und mit der Wassermannenergie, das ist halt einfach so ein bisschen Freiheit, eine neue, vielleicht auch neue Grenzen, neue Regeln auch ein bisschen setzen, neue Strukturen auch vielleicht schaffen mit der eigenen Energie. Also so könnte man es positiv werten. Wenn ich das jetzt allerdings in Bezug auf Sterblichkeit sehe, ist eines interessant, nämlich, dass wir ein Saturn-Quadrat Uranus drauf hatten, auch in dieser Zeit. Und der Uranus steht ja im Stier. Stier ist der Körper. Stier ist Körper. Kann man als Körper deuten. Oder die Werte ist die Materie. Und Uranus ist der Transformator, der Wandler des Körpers. Und mit dem Quadrat hin zum Saturn im Wassermann, heißt das einfach Uranus-Saturn, das Zersprengen, das Zerbrechen einer Form. Also der Revoluzza Uranus zerbricht die Grenzen, die Strukturen des Saturn. Also das Zerbrechen einer Form, das plötzliche Aufbrechen alter Grenzen, das Aufbrechen des Körpers, das Aufbrechen von gewissen Grenzen. Und wenn wir dieses Quadrat Saturn-Quadrat Uranus jetzt dazu zählen zum Mars, dann haben wir eine Mischung. Dann wirkt eben diese Saturn-Uranus-Kombination auf den Mars ein. Also das Zerbrechen einer Form, Energie zerbricht. Eine Energie, die die Funktion ändert. Und das kann man durchaus auch als lebensbedrohlich verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass das immer so diese Konstellation ist, aber wie gesagt, ich schaue es mir ja auf diesen Aspekt hin an. Das heißt, Zerbrechen einer Form im Trigon zum Mars, die Lebensenergie. Also da ändert sich was, da ändert sich die Form der Energie, da ändert sich auch die Energie einer Funktion. Da kann es durchaus sein, wenn man da womöglich Dispositionen hat, der Herz, Kreislauf, solche Themen, dass das dann natürlich unter Druck gerät oder in Anspannung kommt. Schauen wir mal weiter. Wir hatten vom 24.12. bis zum 2.1. Merkur-Konjunktion Pluto. Und Merkur stand auch in Konjunktion zu Venus. Über Merkur-Konjunktion Pluto habe ich ja in meinem Weihnachtsvideo schon gesprochen und auch darüber ein bisschen gewarnt oder davor ein bisschen gewarnt. Und wenn du jetzt sagst, der Merkur ist noch einmal die Funktion und Pluto ist der Transformator, der Stirb und Werde einer Funktion und der nimmt dann auch noch den Mars mit, dann hast du da auch noch einmal eine Belastung dieses Systems, also die Transformation der Funktionen. Und das ist natürlich da im Steinbock, das ist dann natürlich schon eingeschränkte Funktion, da wird was schwieriger, da wird was schwerer. Und dazu kommt eben diese Konjunktion Merkur-Venus. Und Venus ist der Repräsentant des Stirb-Prinzips, ist also auch Repräsentantin quasi des Körpers. Und dann kannst du sagen, die Funktion, die Funktionsweise des Körpers wird transformiert, Stirb und Werde. Und das im Steinbock, das heißt, das ist so ein Enderlebnis. Also auch diese Konstellation kann man durchaus dazu deuten, dass da Sterblichkeit gefördert wird. Also das sind auch auf jeden Fall mal so astrologische Tendenzen, die da mitwirken. Vom 3.1. bis 5.1.2023 kommt dann der Pluto weiter und macht noch einmal eine Konjunktion zu Venus. Also auch da noch einmal der Druck auf den Körper, diese Stirb und Werde des Körpers, was auch eben Sterblichkeit begünstigen kann. Und nach ihrem Rendezvous mit dem Pluto wandert ja die Venus weiter in den Wassermann. Und dort hat sie dann vom 11.1. bis 18.1. ein Quadrat mit Uranus. Und das ist noch einmal so dieser Wandel des Körpers. Also der Wandel des Körperlichen, die Revolution des Körperlichen. Und auch das kann man eben als durchaus ein Todeserlebnis deuten, wenn man natürlich da schon Dispositionen hat. Und mit Uranus ist immer so dieses Plötzliche, dieses Unerwartete, dieses Schnelle auch mit beteiligt. Und dann haben wir vom 18.1. bis 27.1. bildet die Venus eine Konjunktion zu Saturn. Das heißt, da haben wir noch einmal diese Einschränkung. Und über das, das nennt man so Rucksackprinzip, die Venus ist Repräsentantin des Prinzips Stier. Und die nimmt dann auch so ein bisschen diese Uranus-Energie von Uranus Stier mit. Und dann haben wir wieder Saturn, Uranus, Venus zusammen. Das Zerbrechen einer Form, der Wandel einer Form, der Wandel des Körpers. Das heißt, diese Konstellationen, dieses Sterben, dieses Transformieren, dieses Wandeln, sich verwandeln, haben wir durchaus auch astrologisch festgelegt in dieser Zeit. Das heißt jetzt noch einmal, nicht diese Konstellationen bedeuten Tod oder bedeuten auch bei dir individuell Tod. Das kann man so nicht deuten. Sondern ich habe mir das mundan angeschaut. Was könnte denn darauf hindeuten, auf diese erhöhte Sterblichkeit, auf diese Übersterblichkeit im Astrologischen. Und um das ist es mir heute gegangen bei dem Video. Und wenn du wissen willst, wie dein Jahr 2023 wird, dann habe ich jetzt noch eben die Neujahresaktion. Um nur 25 Euro kannst du deine persönliche Jahresprognose 2023 bei mir bestellen. Link ist in den Kommentaren unten oder auf meiner Homepage. Und ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, es hat dir einen Impuls gegeben, eben auch mal, welche Energien da so wirken, wie sich so der Sternenhimmel so wandelt und wie dann wieder mögliche Tendenzen sind. Ich habe es heute bezogen noch einmal auf den Tod, aufs Ende, aufs Sterben, auf die Wandlung, auf die Transformation. Aber da gibt es natürlich mehrere Interpretationen wie immer. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Teil gerne das Video, abonnier meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Oliver Erany aus dem wunderschönen Linz. Tschüss und eine gute Zeit.